Guten Tag allerseits. Nachdem meine YouTube-Videos von der Berliner Demo am gestrigen Samstag, den 29. August 2020, innerhalb von 24 Stunden rund drei Millionen Mal aufgerufen worden sind und meine Wenigkeit auf dieser Bühne komplett unbekannt ist, erlaube ich mir einmal, mich vorzustellen. Ich bin der Imo, studiert habe ich Naturwissenschaften. Heute verdinge ich mich als Herausgeber einer völlig unwichtigen Fachzeitschrift, in der es um Motorräder mit vier Rädern geht. Das Handwerkzeug dafür habe ich unter anderem bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erhalten. Politisch bin ich komplett entfärbt, wenn man einmal von meiner Bereitschaft absieht, unseren Staat in nicht unwesentlichem Umfang mit meinen sauer erarbeiteten Steuern zu unterstützen. Ich bin konfessionslos, darf aber doch sagen, ich lebe nach den Zehn Geboten. Das gilt auch für meine Zeitschrift, in der wird nicht gelogen. Genau da, und jetzt komme ich zur gestrigen Demo in Berlin, bin ich entsetzt, wie meine früheren Lehrmeister heute mit der Wahrheit umgehen. Das geht mal mit den Teilnehmerzahlen los. Offizielle Ansage der Polizei sind mehrere Zehntausend. Die Erwartungen der Veranstalter in Höhe von 22.500 wären übertroffen worden. Die Bilder zeigen gefüllte Straßen zwischen der Friedrichstraße und dem Goldenen Engel. Bei früheren Veranstaltungen, auf denen ähnliche Bilder entstanden sind, war die Rede von mehr als einer Million Teilnehmern. Hier kann also etwas nicht so ganz stimmen. Gut, ich weiß ja, dass sich unsere Regierung und unsere Medien auch für die fürsorgliche Erziehung von uns Schäfchen verantwortlich fühlen. Die Abweichung von der Wahrheit wird also gut gemeint sein. Sie steht aber nicht in Einklang mit unserem christlichen, nennen wir es einmal Grundgesetz. Denn bei allem Wohlwollen haben weder unsere Regierung noch ihre Medien die Aufgabe, uns das Denken und die eigenen, auf Wahrheiten beruhenden Entscheidungen abzunehmen. Und das ist nicht unwichtig für die Bevölkerung in diesem, unserem Lande. Denn ich sehe hier mittlerweile zwei Gruppen. Diejenigen, die sich über FAZ, Spiegel, Bild und Co. sowie die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender informieren. Und andererseits diejenigen, die bereit sind, über den Tellerrand herauszublicken und sich über Informationen sogenannter alternativen Medien im Internet ihre eigene Meinung zu bilden. Die Letztgenannten sind mir auf der Demo in Berlin begegnet. Menschen, die sich fragen, warum ein Impfstoff als Allheilmittel betrachtet wird, für dessen Entwicklung es nicht einmal genügend Zeit zur Überprüfung etwaiger Nebenwirkungen gibt, während die Stärkung des Immunsystems durch gute Ernährung, Vitamine und Omega-3-Fettsäuren sowie den Verzicht auf Zigaretten und Alkohol in den Agenden der Regierenden nicht nur keine Erwähnung finden, sondern sogar durch Restriktionen und Verbote behindert werden. Menschen, die sich fragen, warum Angst und Panik verbreitet werden, mit der Verbreitung von Schreckensmeldung, deren zahlenmäßige Basis sich bei näherer Betrachtung als lächerlich erweist. Menschen, die sich fragen, warum mehr über drei Corona-Tote geredet wird, als über 100 Selbstmörder oder über Alte, die vor Vereinsamung sterben. Menschen, die sich fragen, warum Masken getragen werden müssen, an deren Wirkung noch nicht einmal die regierungstreuen Spezialisten glauben, während deren psychologischen und physischen Kollateralschäden komplett unerwähnt bleiben. Menschen, die sich fragen, warum die Regierung an den Aussagen zweier Spezialisten in Sachen Virologie hängt, die sich in vergangenen Epidemien bereits mit Fehleinschätzungen hervorgetan haben, während eine ganze Armada von weltweit anerkannten Virologen als Verschwörungstheoretiker diskreditiert und überhaupt nicht angehört werden. Ich denke mal, diese Fragen sind es zumindest wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Das aber ist in Berlin nicht geschehen. Bereits vor der Demo wurde kolportiert, dass auf dieser Corona-Leugner Antisemiten, Reichsbürger und Rechtsradikale den Ton angeben. Entsprechend ging auch die Polizei vor. Statt den Demonstrationszug pünktlich zu starten, wurde gestoppt mit dem Ergebnis, dass die Menge auflief und es kaum möglich war, Abstände einzuhalten. Aufgrund dessen wurde die Veranstaltung aufgehoben, womit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das behördliche Verbot der Veranstaltung zu kippen, rechtlich einwandfrei, aber doch hinterfotzig ausgehebelt und die Teilnehmer in die Ecke des Illegalen, des Kriminellen gestellt wurden. Dazu passt auch der Umgang mit den Erstürmern des Reichstags. Nachdem am Samstagabend ein paar Übermütige die Treppen des Reichstags erklommen und sich dort haben fotografieren lassen, fuhr die Polizei ein Aufgebot inklusive Wasserwerfern auf, als wenn die Russen den Reichstag erobert hätten. Ich war selbst dort und habe keinen gewaltbereiten Demonstranten ausmachen können. Ganz im Gegenteil, selbst als die Polizei vor der russischen Botschaft mit schwerstgepanzerten Sturmtrupps einzelne Teilnehmer in Gewahrsam brachte, kam es zu keinerlei Gewaltanwendung seitens der Demonstranten. Dazu passt auch die Räumung des Demolagers in der Nacht auf Sonntag und die gewaltsame Auflösung der Demo am Sonntag. Kurzum, die Polizei hat auf der Berliner Demo in nicht unerheblichem Maße eskaliert, während der Veranstalter stets deeskaliert und sogar zum Tragen von Masken aufgerufen hat. So geht die deutsche Polizei also mit Menschen um, die brav ihre Steuern bezahlen und friedlich ihre Meinung kundtun, während wir noch Bilder von anderen Demos im Hinterkopf haben, bei denen Schaufenster und Autos zu Bruch gingen und bei denen die Polizei die Täter unbehelligt gelassen hat. Wer jetzt logisch denkt, müsste zu dem Schluss kommen, dass eine gewaltfreie Demonstration in Deutschland nicht das Mittel der Wahl sein kann. Da hoffe ich doch sehr, dass sich in der aktuell alternativlosen deutschen Einheitsregierung jetzt sehr schnell auch Strömungen hervortun werden, die einer weiteren Eskalation entgegentreten.